Grüß Gott, wir möchten Sie heute bitten, ein paar Worte über das Projekt Aquavionica zu sagen. Ja, ich bin Vertreter der Bezirksbehörde hier in Tulln und ich habe die Freude gehabt, dieses Unternehmen zu begleiten im Genehmigungsverfahren. Und ich finde es eine ganz, ganz großartige Sache, dass in diese Entwicklung hier so viel investiert wird, so viel Ideen und so viel Power hineinkommt. Ich glaube, das ist sehr zukunftsweisend. Und was könnten Sie über die Kooperation, also über das Unternehmen Aquavionica sagen, beziehungsweise über die Bionic Water selbst? Was mir gefällt, das ist ein Unternehmen, das es ja schon sehr lange Zeit gibt und das aber jetzt mit dieser Innovation ganz neue Wege geht und damit, glaube ich, vielen Menschen sehr viel Freude bereiten kann und auch gesundheitlich sehr viel weiterbringen kann. Richtig, genau, mit dem Produkt, genau. Danke. Das ist es. Und eine abschließende Frage. Wie sehen Sie die weitere Entwicklung des Unternehmens, beziehungsweise des Produkts, auf den internationalen Märkten? Also, wie sind die Perspektiven? Ich glaube, dass diese Perspektiven sehr, sehr gut sind. Das ist jetzt einmal ein sehr hoffnungsvoller Anfang, aber das, was jetzt ist, ist, glaube ich, noch klein im Vergleich zu dem, was in Zukunft auf das Unternehmen zukommen wird. Und da wünsche ich dem Unternehmen auch wirklich alles Gute. Und ich glaube, da ist sehr viel Zukunft drin. Wir danken mich sehr.